So, wir sind gespannt, ob wir hier den Rekordgang zu Anfang aufgestellt von 44,34 Metern Daniel Eckerts knacken können. Was die Leistung betrifft, sollte das funktionieren. Ob der Untergrund mitmacht, ist die andere Frage. Und da kann man schon mal einen Applaus spenden. Das ist also mit Sicherheit der Sieger der Klasse 12 Tonnen Plus. Aber da geht noch mehr. Das heißt, du musst in den Gorilla reinfahren. Wir haben es gesehen, es ist am Anfang gestartet, es ist am Ende angekommen. Damit sagen wir voll, voll und herzlichen Glückwunsch! Das ist am Anfang gestartet, es ist am Anfang gestartet. Am Anfang gestartet, Sie werden die Hände geschwindet. Wir werden qui. Das ist die Hände, die Siegen, die Siegen, die Siegen! Hier haben Sie eine große Kontrolle mit der Hände Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und alle ziehen da ab, auf geht's! Ja, diesmal ist es nicht mehr ganz so leicht für den Holger, aber wir haben heute auch schon einige Fünschen gesehen, die ab der Hälfte mit Anfänger bis ganz zum Schluss gefahren sind. Das könnte enden werden. Das war ja noch ohne Gericht. Ja, bei Fünschen! Wir haben ein bisschen auf die Spielzeugwasser hinten rein. Wahnsinn! Ja, bei Fünschen! Ja, bei Fünschen! Und das war beeindruckend, Full Pull auch für den Fünschen! Alle ziehen da ab, auf geht's! Und wir sind auf die Spielzeugwasser hinten rein. Wahnsinn! Ja, bei der guilt, den fünschen, da ein bisschen im Kopf… Böden! Töne, die sind jetzt schon ganz gut gewesen. Ja, das ist schon ein bisschen zu sein! Ja, bei Fünschen! Ja, bei der Leine, die könne zu schießen! Ja, bei der Leine, die Keine. Und das war beeindruckend, Fullpool auch für den Fans. Und das war die 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 Hier haben wir aufgemacht, dass wir uns durchgefahren. Und das sieht gut aus. Ja, diesmal ist es nicht mehr ganz so leicht. Für den Holger. Aber wir haben heute auch schon einige Künste gesehen, die ab der Hälfte bis ganz zum Schluss gefahren sind. Das könnte Ende werden. Ja. 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 Ja.